Hi, Bina hier. Zu ein paar Bildern möchte ich euch gerne was erklären. Also ihr seht jetzt hier den Anfang, da haben wir aufgebaut gehabt, da wurden ein paar Fotos gemacht. Wie man sieht, sind da ein paar Orbs zu sehen. Im Live wurde ja auch gesagt, warum wir nicht nach oben gehen, also die Treppe da hoch. Da seht ihr gleich ein, zwei Bilder, warum es nicht möglich ist, dort hochzugehen, weil das Gebäude Einsturzgefahr ist. Und wir geben uns halt nicht in Gefahr, wir machen alles auf Nummer sicher, ist uns auch sehr wichtig. Und da kommen gleich noch ein paar andere Bilder, wo ich dann erkläre, worum es da geht. Normalerweise lade ich halt nur Bilder hoch, schreibe vielleicht was dazu, aber hier muss ich euch natürlich ein paar Dinge erklären, warum es halt so ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich da hingesetzt, es war ziemlich warm gewesen, wollte mich kurz ein bisschen ausruhen. Und dann habe ich gemerkt, Kopfschmerzen kommen wieder, flau im Magen, mir ging es wirklich nicht so gut. Und dann sagte ich nur zu Maria, hast du ein Fotoapparat dabei? Ich höre Schritte hinter mir. Dann haben Michi und Maria ein paar Fotos gemacht gehabt und ich saß da und sagte, das kann doch nicht wahr sein. Ah ja, nach ein paar Minuten ging es dann auch wieder, dann haben wir alles nochmal weiter aufgebaut in dem Sinne. Dann haben wir angefangen und alles andere seht ihr dann in dem Video. Wow, 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 Alter, ich kriege Gänsehaut, ey, guck mal, bist du im Roten. Und wir stehen weit genug weg. Ja. Das kann das nicht sein. So, hallo, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Wir stellen uns vor, ich bin die Bina. Ich bin die Maria. Ich bin der Michi, hallo. Und wie wir jetzt schon sehen können, ist das ein ganz guter Ausschlag. Ja, der so gar nicht mehr aufhört. Oh, der untere fängt auch an. Kannst du auch die Bällchen anmachen, bitte? Also wir stehen weit genug weg. Es kann nicht vom Handy kommen. Nee. Wir stehen definitiv weit genug weg. Warst du gerade hinter mir gewesen? K2 hört gar nicht mehr auf. Das hört echt nicht mehr auf. Also wir stehen weit genug weg. Ich hab's jetzt nur rangezoomt gehabt. Das sind gute, gute fünf Meter, wenn nicht ein bisschen mehr. Das hört echt nicht mehr auf, ne? Zur Info, wo Michi hier gerade alles aufgebaut hat. Maria und ich waren so ein bisschen am Quatschen gewesen. Ich saß hier, weil's mir nicht so gut geht. Komischerweise malen wir an irgendeinem Ort. Und ich hab noch gesagt, ich so, hat er ein Foto parat. Ich mach mal Foto, irgendwas ist hinter mir. Hab ich Schritte gehört gehabt. Es ist windstill. Und ein Blatt hat sich bewegt, also ist gekippt quasi so. Hallöchen an die, die dazugekommen sind. Also wie ihr seht, das K2 da oben. Ja, das ist jetzt das Handy. Das schlägt die ganze Zeit aus. So, Michi kommt jetzt von rechts nach links rein. Ein bisschen ins Bild und stellt das akustische. Hä? Stell dir doch eine Treppe runter. Also zwei quasi runterstellen. Hier? Ja, genau. Guten Abend. In welcher Stadt wir jetzt sind, das sagen wir nicht. Wir sind auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen. Also jetzt dreht hier alles am Rad. Ja, guck mal der Dandere an. Kein Problem, Tanja, gerne. Hallo Thorsten. Ja. Kannst du mal bitte aufhören damit? Danke. Hör bitte auf. Ja, wir kommen aus Essen, NRW. Geh mal da bitte weg von, ja? Wow. Dankeschön. Kannst du es jetzt wieder ausschlagen lassen? Ganz oben das, ja? Hm-hm. Jetzt ist gut. Komm bitte. Komm, mach es nochmal für mich, bitte. Bitte. Hallo Ghost Shadows, Germany. Das Mädchen ist wieder da. Dankeschön. Thorsten hat geschrieben, das Mädchen ist wieder da und bumm, schon schlägt das wieder komplett hier aus. Das ist Eskalation hier vor jetzt von meiner Feinsten. Kannst du das andere da auch ausschlagen lassen? Guck mal, unter dem, wo du jetzt bist, steht noch eins. Geht das? Mach mal. Bitte. Bitte, komm. Da liegen auch so schöne Bälle. Wenn du die berührst, dann leuchten die. Hast du Interesse, die zu berühren? Versuch es mal. Wir haben noch eine schönere Farbe. Kannst auch gerne mit der Puppe da spielen. Ganz oben, da ein rotes Licht leuchten. Oben? Da oben, dazwischen. Also eine Treppe oben hoch, ne? Ja, da gehe ich jetzt nicht in so ein Stütz. Nein, nein, nein. Nicht die Kunden. Nein, nein, nein. Die mag, die blinkende Geräte? Das kleine Mädchen mag die, was es so blinkt. Wir haben ja noch einen Ramport. Stell den auch mal auf. Ja. Unter dem akustischen, würde ich mal sagen. Also so, dass immer eine Treppeunterschied ist. Kannst du mal da wieder weggehen von, bitte? Der Michi, der kommt jetzt und stellt noch was da hin. Jetzt hat er aufgehört. Dankeschön. Ist doch ein Scherz, oder? Die mag dich vielleicht. Können wir ja gleich mal fragen. Guck mal, da stellt da jetzt was hin. Da kannst du auch mitspielen. Und oben sind Belken. Die haben schöne Farben. Probier mal aus. Ne, das steht vor dem... Ja. Wenn du das hier durchfährst. Guck mal. Der macht noch schönere Lichter. Versuch das mal. Guck mal, daneben ist noch eine Puppe oben. Siehst du sie? Geh mal dorthin. Du darfst da gerne mitspielen mit der Puppe. Da haben wir nichts gegen. Ja, da sind überall tolle Sachen. Geh ruhig dran. Komm. Versuch es mal, komm. Probier mal was aus. Möchtest du, dass der Michi wiederkommt? Dann lasst mal irgendwas davon ausschlagen, wenn ich wieder reinkommen soll. Soll der Michi zu dir kommen? Ich bin ganz lieb und freundlich. Soll ich zu dir kommen? Sollen wir zusammen spielen? Guten Abend an die anderen. Da. Soll ich reingehen? Von dir war jetzt nicht die Rede. Von Maria war die Rede. Ja, dann geh rein. Ich komm jetzt zu dir. So, Info für euch. Das erste Mal, wo wir hier waren, war vor gut 3, 3,5 Jahren gewesen. Da hatten wir keinen Erfolg gehabt. Wir sind jetzt das erste Mal wieder hier. Was ist denn da mit Spielen? Hm? Guck mal, hier steht auch noch ein Gerät. Kannst du auch anfassen. Okay, hier oben. Tolle Bälle. Wissen wir das? Das ist ja noch ein Spiel. Die Geräte und was damit auch. Guck mal hier. Guck mal. Guck mal, wie viel Lichter. Vielleicht sollten wir den Ramport nicht da unten, oder vielleicht mal etwas höher setzen. War der Püppi oder was? Ja, ja. Dann kann ich erklären. Das heißt, ganz am Anfang, weil wir mit Ghosthunting in dem Sinne angefangen haben, hieß es, wir wären Kinderdämonen gewesen. Und wir hatten halt noch nicht so viele Sachen gehabt. Wir hatten halt nur die zwei K2s gehabt. Und ganz oben das EVP hatten wir gehabt. Mehr hatten wir nicht gehabt. Und da wir uns da noch nicht mit auskannten, so richtig, also wir kennen den Ort hier durch auch viel TikTok gucken, durch andere Ghost Hunters oder Birbeza oder so. und die Location, wo wir heute hinwollten, die ist leider zu. Und war hier halt in der Nähe gewesen. Und von daher versuchen wir hier mal unser Glück. Und wie man sieht, ist die Aktivität da. Die Puppe etwas tiefer stellen. Okay. Man sieht noch alles, ja. Die Puppe, ist das jetzt der untere Ghost Boy? Der ist hier. Ja, genau da soll ich sitzen, genau. Warte mal, mit dem anderen. Danke, Trotzmann. Neben Rennport. Weil vielleicht kommt das kleine Mädchen nicht bis Ohr in einer Treppe hin, deswegen da die Puppe. Aber man hat alles noch im Vogel. Man hat alles noch im Blick. Okay, ich gehe ja schon wieder raus. Alles gut. Danke, Ghost Shadows Germany Mike. Oh, Entschuldigung. So, guck, wir haben die Puppe jetzt mal ein bisschen tiefer hingesetzt, damit kannst du ruhig spielen. Wenn du möchtest. Die Bildkamera unten, die ist ja auch aktiv. Ah, okay. Toast. Da geht der wieder an. Wenn ich reinkommen soll, lass mal bitte das andere K2 neben der Puppe leuchten, bitte. Oder hör auf, die zu berühren. Die Sachen. Mich würde dabei interessieren, vielleicht den Rennport ganz nah rum. über dem EVP. Aber irgendwie seit mein Licht ein bisschen dunkler geworden. Echt jetzt? Ja. Da sind volle, aufgeladene Batterien drin. nahm dann die anderen. Der hört nicht mehr auf. Nee, der hört auch nicht mehr auf. Warte mal, wenn ich mich da jetzt einfach reinstellen? Komm, stelle ich mich da halb rein, halb in die Tür geht, der nimmt die Puppe an. Beweg mal die Puppe, bitte. Oder lass das zweite K2 noch stärker ausschlagen, was du gerade gemacht hast. Noch stärker. Plotty, danke schön. Ich weiß, das kostet Energie. Komm, noch ein bisschen mehr. Versuch bis zum Roten. Versuch es. Oder halt das Orangene jetzt. Orangene, das andere geht bis ins Rote. Ja. Komm, stärker. Ja, Ralf, das ist echt, wir faken nix. Soll ich mal zu dir hinkommen, zu der Puppe? Bist du damit einverstanden? Dann lass mal das andere K2, was so bis zum Orangenen leuchtet, auf. Also, komplett Finger davon lassen. Komm schon. Ganz weg davon. Am besten weg von der Puppe. Thorsten, wir nutzen kein Ghost Radio, wir haben die Spirit Pops. Komm schon. Komm, ich komme einfach mal jetzt rein. draußen. Traust du dich das jetzt, dieses K2 hier neben mir anzumachen, wenn ich hier stehe? Okay, Thorsten. Ja? Wie gesagt, wir kommen in kräftlicher Absicht. Bist du da unten immer noch dran, oder ist das jemand anders? Dann geh doch mal bitte da weg, ja? Sei mal so nett. Hm? Wenn ich hier rausgehen soll, dann lass da oben das K2 komplett in Ruhe. links oder rechts, Thorsten? Bist du im Frieden, der Absicht? Sie sitzt neben der Puppe. Links oder rechts? Links oder rechts, Thorsten? Links. Also, das war auch noch dran. Wenn du links neben der Puppe sitzt, mach doch mal das Lämmchen da an, das Bällchen. Berührst du mal, komm. Ja, so viel Kraft hast du. Komm. 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 Boah, hier riecht der voll nach Vorwesung, Alter. Dort wird jetzt die Antworten und dort vorne ist alles drin. Ich frag mal, Thorsten, ob die da immer noch sitzt. Ob ich die Handmaler hinhalten soll. Kannst du ruhig machen. Wie gesagt, ich komm in Trinklisch ab, ich hab ein Kreuz rum. Kannst auch gerne mich berühren. Ich fühle nichts. Es ist dir lieber, wenn ich hier rausgehe. Sie hat dich berührt. Das ist mir aber okay. Ich will den jetzt jetzt. Ja, kühles Gefühl, Tanja. Und so kribbeln. Kühles Gefühl und kribbeln. So als wenn die einschlafen würden. Das, was piepst und rot auf und leuchtet, ist das akustische K2. Und ich habe nichts elektronisches an mir. Du kannst ja auch da oben gerne deinen Namen reinsprechen oder deine Botschaften, die du mitgeben möchtest. Wie können die dann später, wenn wir zu Hause sind, uns anhören? Na? Jetzt wollte ich eine Frage stellen und nicht weißt du nicht mehr. Boah, echt, das war so ganz kühl und so, als wenn das so taub wird. Äh, ja. Haben wir Disinfektion mit? In meiner Tasche. Äh, gut. Vermisst du deinen Bruder? Auf der Frage sofort alles aus. Kleines Mädchen. Weiß ja nicht, wie du heißt. Vermisst du deinen Bruder? Das K2 misst elektronisches Feld. Sprich, Steckdosen und alles. Aber da ist ja absolut gar kein Strom drauf. Aber auf die Frage, vermisst du deinem Bruder, ging das hintere K2 wieder an? Ja. Guten Abend, alle zusammen. Wenn dir die Puppe nicht gefällt, dann schubst sie ruhig runter. Da haben wir keine Probleme mit. Aber es ist ja schon ein schönes Babypüppchen, ne? Gefällt sie dir? Durst dann sagt sie, das Mädchen vermisst ihren Bruder sehr. Ist dein Bruder auch hier? Vielleicht. Sie ist sehr traurig. Kleines Mädchen, soll ich mich mal zu dir mich hinsetzen auf der Stufe? Du weißt ganz genau, ich tue dir nichts. Nein, das ist auch ein K2-Meter. Hinter der Puppe. Und neben der Puppe. Ah, okay. Der Thorsten hat circa vor sechs Monaten den Bruder ins Licht gebracht. Warum sehen wir es? Sie will nicht gehen. Was ist das? Sie will nicht gehen. Sollten wir mal nicht lesen vor drei Jahren oder so, weil wir dann nicht in den Kindern reinlassen. Ja. Willst du mal ein Teelicht aufstellen mit Herzen? Hast du die mit? Ja, die habe ich mit. Die habe ich sogar mit. Eine reicht, ne? Erstmal, oder? Ja. Dann gib mal ein Feuer. Ich komme jetzt zu dir, kleines Mädchen. Nicht erschrecken, du musst keine Angst haben. Du kennst mich ja jetzt. guck mal. Ist das nicht schön? das Licht? Also Angst hat die Kleine gar nicht. Ja, das ist schon mal sehr gut. Soll ich mich mal da hinzusetzen, gucken, was passiert? Ja, wenn ich mich da ganz oben hoch setze, dann sieht man ja nichts mehr. Ich habe das schon voll. Bei uns. So. Heinz, Mädchen? Ich komme mal hier zu dir. Du brauchst keine Arzt haben. Ist das gut für oder nichts? Dann sitze ich hier, ist das Acustica 2 auf hier. Dann findet das zweite an. Ja. Hast du Angst vor Michi? Guck mal. Pass mal auf. Gucke mal. Guck mal, du kannst das hier mit spielen. Hör wie schön das ist. Leuchtet. Hier. Ich tue dir absolut rein gar nichts. Und du möchtest, kannst du dich hier neben mir setzen. Siehst du das Licht hier? Ja, vorsitzig. Oh ja, mein Himmel. Dankeschön, Missunbekannt. Komm, setz dich hier zu mir. Komm. Ich habe das Gefühl, dass da oben einer sitzt. Oder da oben einer steht. Ich habe das Gefühl, dass da oben einer sitzt. Hä? Was hast du? Ich habe das Gefühl, dass du mich da oben irgendwie einer beobachten. Möchtest du nicht ins Licht gehen? Komm einfach runter, komm. Komm, wir helfen dir dabei. Wir helfen dir dabei, zu deinem Bruder zu gehen. Thorsten hat gerade gesagt, der Soldat, der hier ist, hat das Mädchen im Keller missbraucht. In dem Keller, hier unten, dem ersten? Ist der Soldat überhaupt noch hier? Ja. Ja. Was können wir jetzt hier verpackt gegen den Soldaten tun? Ja, das ist die, ist der Kölner. Okay, also direkt hier unter mir. Ja. Dann hast du mir Wunsch. Hast du Angst? Wenn du Angst hast, dann lass das K2 mal auftönen, bitte. Ist jetzt hier, der macht kein Luchs? Der macht kein Luchs? Oder ist jemand bei dir, dass du dich nicht traust? Wirst du unterdrückt? Du sollst dich ein Stückchen höher setzen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Noch ein Stückchen höher? Ja. Wie viele Stufen höher? Da, wo das Akustische, glaube ich, steht. Wo ist das da? Ja, weil sie sitzt bei der Puppe. Okay. Kleines Mädchen, ich kenne dir nichts. Ich komme nur ein Stückchen höher. Okay? Ich bin hier. Sie kann alles noch gar nicht. Brauchst keine Angst zu haben. Ich tue dir nichts. Wie noch Maria, tun wir auch nichts. Sie schaut dich an. Wo sitzt die? Links oder rechts? Oder hinter mir? Nein, in der Puppe. Wenn du möchtest, kannst du nämlich hier auch berühren. Kannst du auch machen. Ich tue nichts. Das weißt du ja. Betrugt Selklo. Du hast recht einen Freuflug. Und tschüss. Haben die früher hier Alkohol zu sich genommen? Wenn ja, dann wird sich das jetzt der Alkoholgeruf hier bemerkbar machen. Ja, Soldaten trinken ja eigentlich immer Alkohol. Oh, aber das ist aber, wie schnappst du es? Wie gesagt, ich tue dir nichts. Kannst du mit der Puppe spielen. Oder hier mit dem Bällchen. Sie tun dir alle nur gut. Gut der Alkohol. Das ist ja so. Gut der Alkohol. Mit den Rumpo. Den kannst du anfassen. Nach Geräuschen leuchtet. Ist die immer noch hier? Vielerweise. Oh, danke. Wie gesagt, kannst du damit gerne spielen. Ich tue dir absolut nichts. Oder besser gesagt, hier tue ich dir nichts. Du hast dich doch schön, oder nicht? Wenn du möchtest, kannst du auch dann da oben deinen Namen reinsprechen. Ghostradio nutzen wir nicht, davon halten wir nichts. Wir haben eine Spiritbox und die kommt später im Einsatz. Wärst du denn so lieb und kannst den Wald noch mal hören, finde ich? Oder auch den da oben, der löschtet auch schön. Kannst du die Kerze auspusten? Komm, versuch. Bitte keine Orte nennen. Lese ich das noch mal, kriegt derjenige einen Freiflug. So was möchten wir nicht. Ist nicht böse gemeint, aber muss nicht sein. Mag zwar sein, dass jeder Zweite den Ort kennt. Aber hier wurde genug vandaliert. Fühlst du dich gerade irgendwie unwohl? Ja, so ein bisschen. Ich fühle mich irgendwie da so einen Druck, wie das nicht da oben einer beobachtet. Ich muss dich fragen, weil Thorsten das verschwinden hat. Ein Druck auf der Brust. So. Ja. Er hat natürlich Thorsten geschrieben, er hat viel gestimmt. Ich muss dich jetzt fragen. Also möchtest du, dass ich jetzt hier rausgehe? Das ist doch der Zahl stärker als Staden. Ja, wenn du möchtest. Ich kann auch noch hier sitzen bleiben. Hm? Wenn du möchtest, wie gesagt. Ich kann auch hier sitzen bleiben. Du hast doch gesagt, du fühlst dich von oben beobachtet. Ja. Der Soldat steht oben. Ach, der das Mädchen missbraucht hat? Wie kann man nur so feige sein und so was machen? Der Soldat, der hier ist. Geh bitte. Sie sind hier nicht erwünscht. Wir möchten, dass der Soldat hier verschwindet. Boah, ich krieg Gänsehaut, ne? Mit den Soldaten wollen wir nichts zu tun haben. Ja, wenn es dir nicht gut geht, dann... Boah. 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 Ja. Das ist so, als... Erst war nichts und dann... Als einer so auf den Brustkorb drücken würde. Soll ich mich da mal hinsetzen? Hier. Will die Biene mal kommen? Ist auch eine ganz Liebe. Ja, bitte. Versuch es. Sorry, Barbie. Siehst du, und schon schlägt das K2 aus. Und das andere K2 auch. Akustik und beide. Ja, er versucht jetzt mit dem Mädchen Kontakt zu nehmen. Glaub mir. Das habe ich auch schon versucht. Boah, das wird dann immer schlimmer. Danke, Fawks. Hallo, Fawks. Ja. Hallo, Fawks. Hallo, Fawks. Ja. Fawks. Aber dein Engelsruf hast du um. Na, ist schon mal gut. Möchtest du der Biene etwas sagen, Mädchen? Mach doch mal ein Bildchen an, wenn du die Biene magst. Hast du bei mir auch gemacht. Mach mal. Ja, manchmal helfen wir denen auch ins Licht zu gehen. Ja, nur das kleine Mädchen, was hier ist. Aber wir erzählen die Geschichte von dem. Und das Mädchen, was hier ist, wurde unten sexuell missbraucht. Los bitte, was Torsten sagt. Okay. Ja, gibt ihr Energie? Nee, ja, wir haben da einen Plasmaball. Ja, versuchen wir. Ja, aber nicht da, im Auto. Vorhin wurde, wo ich hier draußen saß, war mir auch so ganz komisch. Vielleicht hat da der Energie gezogen. Ja, das kann auch sein, ne? Habe ich nicht irgendwas, wo die Energie ziehen können? Gernis, Mädchen, hast du vorhin Energie von mir gezogen gehabt? Ah, dort im Badezimmer hatten wir bis jetzt immer die krassesten Ergebnisse. Hand heben, neben die... Hand heben und neben der Puppe legen. Boah, warum wird denn das Licht so dunkel? Das flackert so ein bisschen. Warte, was sie soll, warte mal, warte, warte, warte. Ja, hat sie ja. Ja, hat sie. Sie hat die auf der Stufe gelegt. Hallo, Steffi. Braucht denn da. Hier ist ganz kalt. Ja. Und dann fängt er hinterher an, so ein bisschen zu kribbeln, als wenn er so einschlafen würde. Oh, nee, ein Ball hat mich auf die Hüte geschlafen. Das habe ich gemerkt, dann traf ich. Ja. Irbex. Also du wirst sie spüren. Ja. Wo, auf der Hand? Auf der Hand, als wenn einer so runterdruckt. Ja, hängt immer öfter. Aber ich habe 5G. Dann sollen die einmal raus und wieder rein kommen. Meinst du, der bringt? Bei den Leuten, wenn es hängt, versucht einmal raus zu gehen und wieder rein zu kommen. Dann dürfte es, glaube ich, nicht mehr. Hängt alle paar Sekunden. Ich könnte mal versuchen, ein bisschen aus dem Eingang raus. Dass ich vielleicht ein besseres Netz kriege. So. Gucken, wie es jetzt wird. Thorsten sagt, das ist das Mädchen. Tut mir leid, aber. Ja, die berührt dich. Sollen wir gleich mal mit der Spiritbox machen? Vielleicht kriegen wir mehr Antworten. Können wir versuchen. Wenn du dich das zutraust. Ja, und wenn du dich danach fühlst. Ja, ich möchte gerne wissen, wie sie heißt. Ja, dann mache ich gleich die Spiritbox fertig. Ich komme gleich wieder raus hier. Ich bin gleich wieder da. Das sehe ich nicht. Tut mir leid. Ich bin auf jeden Fall zugeleid. Ja, ich mache das gleich fertig. Hä? Ist die? Nee, nee, nee. Die ist hier drin. Die ist hier drin. Die ist hier drin. Die ist hier drin. Hallo an die anderen. Also, ich mache jetzt gleich mit der Spiritbox. Ich möchte da so ein paar Antworten haben, wie sie heißt, wie alt sie ist. Wenn ihr es schon wisst, okay, sagt ihr noch nicht. Wir kennen den Ort. Wir kennen ja Diego und so. Der ist auch öfters hier. Ja. Und. Wir möchten, ich möchte halt gucken, ob das alles übereinstimmt. Kann ja sein, dass wieder irgendwie ein Dämon oder so ist, der mit einem spielen möchte oder so. Man weiß es ja nicht. Ich meine, Thorsten glaube ich schon. Also, Thorsten folge ich ja auch. Einfach klasse. Habe ich auch in der Tasche. Vorhin habe ich da nicht dran gedacht. Wo dran? An Bonbon. Guck mal. Ich habe doch jetzt hier etwas. Wenn das nicht so schwach wird, dann nehmen wir die Taschenlampe, ne? Schau mal. Ich lese die. Ja, ja. Okay, Thorsten. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt mit der Spiritbox gleich, mache die Kopfhörer-Session, damit ich mich ein bisschen mehr konzentrieren kann. Weil ich habe sie auf jeden Fall gespürt gehabt. Meine Hand war ganz kalt gewesen und hat gekribbelt und war ein Druck zu spüren. Da ist es kalt und ich außerdem habe ich jetzt eine Gänsehaut. Ich würde mich ja gerne mal mit dem Soldaten anlegen. Warte aber gleich. Ja, ja, klar. Ich muss mir mal eine Brille in die Tasche tun. Die Augenwind ist auch da drin, ne? Die brauche ich auch. Ja. Du musst die haben. Ich habe richtig gemerkt, wie die Mücke angesetzt hat. Das hat voll gestochen. Ja, mag man so, was am Fuß ist. Magst du das Bonbon? Kannst du einfach mal da halten. Kannst du dann einen Ball anmachen, wenn das Bonbon gut ist? Ich will aber zurück. Machst du schon mal da an? Ja, warte. Oder gib mir Licht. Ich mach. Gib mir einfach Licht. Warte. Ich kann es sogar ohne Brille. Nicht drauf halten. Alles klar. Nein, warte. Hier geblieben. Moment, da war ein kleiner Moment. Alles gut. Hier ist wieder ein Kämpfen. Und schon geht der Fortleiter an. Ja, ja. Ich sage euch, steht auf der Schalt. Ja. Hebe einfach die Hand. Hebe die Hand. Oder also den Daumen. Ja, Moment. Kein Problem, Thorsten. Ready. Okay. Wie ist denn dein Name? Würdest du der Bina deinen Namen sagen? Bitte komm. Wer soll kommen? Heinz. Heißt du Anna? Vielleicht? Soll ich kommen? Hallo. Hallo. Hey. Hey. Wie heißt du? Angst. Warum hast du Angst? Warum hast du Angst? Soldat. Ja. Rette. Wo ist der Soldat? Oben. Oben. Steht der an der Treppe? Ja. Oben. Soll er weggehen? Hey. 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 Was macht der Soldat gerade? Hör nicht auf ihn. Du brauchst keine Angst. Du brauchst keine Angst vor ihm haben. Thorsten sagt, er blockiert sie. Das ist jetzt an den Soldaten gerechnet. Was? Komm hoch. Nein, ich komm nicht hoch. Komm runter. Lass das Mädchen in Ruhe. Ich warte. Ja, dann warte. Wir auch. Hallo. Geh weg. Nein. Einen Soldaten. Lass das Mädchen in Ruhe. Soldat. Soldat, wie heißt du? Sag mir deinen Namen. August. Heißt du August? August, du bist hier nicht erwünscht. Ich möchte, ich möchte, dass du gehst. Es ist ein Amer... Der alte. Es ist... Thorsten sagt, das ist ein... Sie redet mit ihm. Ich muss gehen. Es ist ein Amerikaner. Nein. Wir möchten, dass... Wir möchten, dass das Mädchen hier bleibt. Der amerikanische Soldat soll gehen. Na schon. Danke. Go home. Du wirst woanders gebraucht. Hilfe. Lass das Mädchen in Ruhe. Befreie mich. Wen sollen wir befreien? Steck mir mal das Mädchen. Schnell. Kleines Mädchen, komm zu uns. Vertrau uns. Vergewaltigung. Mord. Lange. Unendlichkeit. Kleines Mädchen, siehst du die Kerze? Siehst du das Licht? Geh auf das Licht zu. Geil durch. Genau. Geh zu... Geh zu Bina. Geh zum Licht. Geh zur Kerze. Geh ins Licht. Da hast du Frieden. Da siehst du deinen Bruder. Er wartet schon auf dich. Geh hin. Anna, er wird dir nichts mehr tun können. Komm zu uns. Aua. Anna, komm ins Licht. Wir beten für dich, Anna. Geh ins Licht. Mitnehmen. Geh ins helle Licht, Anna. Muss weg. Nein, bleib bei uns. Der Soldat, seine Zeit ist um. Er kann dir nichts mehr tun. Du bist sicher. Geh auf. Soldat, stillgestanden. Soldat, stillgestanden. Du hast keine Macht. Hier nicht und dort nicht. Geh. Geh. Anna, bist du noch hier? Anna. Thorsten. Thorsten. Ihr zwei. Geht weg. Nein, ich gehe nicht weg. Anna, komm zu mir. Trete ins Licht. Siehst du das Licht? Dort ist Frieden. Der Turm ist weg. Nein. Dort kann dir nichts passieren. Du musst lauter reden. Ja, weil das Problem ist, weil die, weil das jetzt etwas weiter weg ist, alleine wegen das Handy, das gibt Stör, Störgeräusche bei den Geräten. Ähm, ich tippe die Biene an und sage, sie soll etwas lauter reden. Also? Nicht erschrecken. Sind wir immer noch leise? Also ich stehe jetzt fast genau mit dem Gesicht im Handy. Geht weiter. Anna. Siehst du das Licht? Bei uns. Geh ins Licht. Ich warte. Nein, du brauchst nicht warten. Dein Bruder wartet. Er vermisst dich. Geh ins Licht. Dort ist Frieden. Anna, wir beten für dich. Geh ins Licht. Breta, ein. Hab keine Angst. Dort bist du frei. Auf der Treppe. Ja, ein Freund. Ja, Bina ist ein Freund. Sie ist auf der Treppe. Halte dich an Bina und trete ins Licht, Anna. Siehst du, Bina, Anna? Anna, nimmst du den Thorsten wahr? Okay, sie nimmt ihn wahr. Nochmal. Nimmst du den Thorsten wahr? Nein. Anna, konzentriere dich auf den Thorsten. Er wird dich ein Stück begleiten. Störung. Ja, Störung. Und hier schreiben die schon tatsächlich rein, wir sind zu leise. Ja, wir schreien ja quasi schon. Moor. Bitte was? Moor. Soldat. Geh nach oben und bleib dort stehen. Brot der Nacht hat geschrieben, wir sollen die nicht sofort ins Licht schicken. Nee, schicken sie auch nicht ins Licht. Sie soll ja drauf zugehen. Ja. Okay. Anna, siehst du das Licht? Gehe aufs Licht so. Ja, oben. Böse. Der Soldat ist oben und er darf auch nicht runterkommen, Anna. Am Bett. Am besten holen wir die da raus. Was? Wir holen die da am besten raus. Keller. Ja. Weil sie ist nicht geschützt. Seitlich. Okay. Leute, wir holen die Bina jetzt da raus. Geh bitte. Nein, er geht nicht weg, wenn man sich dem nähert. Er kann auch angreifen. Der Soldat. Genau, komm da raus. So, soll sich Michi da hinsetzen? Ja, warte. Ich mach den mal im Haus. Was war denn? Das wird böse. Wofür kann ich dir jetzt schon sagen? Kopfschmerzen wieder. Ja. Ich sag dir ja, das wird böse. Nein, so weit sind wir noch nicht. Wir verabschieden uns schon. Keine Bange und müssen auch alle da bleiben. Ja, das glaube ich. Ja, das kann schon gut passieren. Anna. Dann haftet etwas an einem. Und wer ist denn oben? Und vorher kamen wir jetzt Soldat. Und dann hast du Soldat gesagt. Ja, das ist ein bisschen Schwimmer auf der Treppe. So. Wollte er den Schluss machen? Ja. Nein, du solltest er da rein. Achso. Ja, dann geh doch. Ja. Was willst du denn jetzt machen? Wir wissen noch nicht, wie lange wir heute machen. Na? Schon noch ein bisschen. Der Soldat da oben immer noch. Na? Anna kommt zu uns. Komm. Lass ihn da oben stehen. Der kann dir nichts. Danke. Ich lasse. Ja, wenn das nicht echt ist, dann brauchst du ja auch nicht zuschauen. Goodbye. Komm zu mir. Wir versuchen, der Kleinen zu helfen. Aber ich glaube, sie hat eher ein bisschen Bezug auf Michi. Komm mit zu mir runter. Lassen wir Daten da oben stehen. Der kann ja absolut gar nicht. Komm. Torsten soll ich fragen, ob das Mädchen da immer noch ist. Das Mädchen bei dem. Torsten soll die fragen, ob das Mädchen da immer noch ist. Ich warte mal. Ist das schon noch volle Kanne, das Licht? Überlegt er das, ne? Wir müssen mal die Taschenlampe legen vor mir. Alles gut. Wir sollen den Soldaten ignorieren. Der will nur... Aufmerksamkeit? Knicky-knacky. Ja, hat doch zwei gesunde Hände. Ja, er möchte nur Aufmerksamkeit, weil wir die Aufmerksamkeit auf ihn richten. Wo ist Anna? Anna, kleines Mädchen. Bist du noch hier? Ja, die Leute wollen ein bisschen Licht haben. Ja? Mhm. Kannst du die Taschenlampe irgendwie... Ist voll geladen und das ist auf volle Kanne, das Licht, ne? Dann mache ich mal... Jo, so ist gut. Wartet mal. Mache ich mal das hier aus. Ist so gut? Ja. Okay. Man sieht es trotzdem noch leuchten. Auch die Katze heißt? Ja. Ja. Gut. Anna? Möchtest du gerne mit der Puppe spielen? Anna, komm bitte runter. Komm. Na, komm. Genau, komm. Du brauchst keine Angst haben. Komm runter, komm. Guck, unten liegt auch ein Bonbon. Mhm. Komm, ich habe es hingelegt. Ja, probier es. An der Puppe. An der Puppe. An der Puppe ist, deswegen gehen wir nicht hoch. Und zwar ist die Decke hier vorne schon halb runter gekommen. Ja. Anna? Jetzt nur auf Anna fixieren. Den Soldaten ignorieren. Ja, Anna, du kannst auch mit den Bällchen spielen. Guck mal. Siehst du? Da oben nicht auf den Bällchen. Hier. Ja, toll. Das sollte nicht so sein. Guck mal. Das ganze Spielzeug. Komm zu uns, Anna. Komm. Du kannst auch feste die Puppe drücken. Ja. Mädchen mögen Puppen. Geh mal hier, wo ich da so saß. So soll. Da warst du hier? Ja, so da hinstellen oder setzen. Hinstellen? Hinstellen? Ja, nicht Richtung Keller. Ist nicht gut. Nee, nicht Richtung Keller. Du stehst am Keller. So sollst du dich hier so hinstellen. Ja. Du kannst dich auch hinsetzen auf die dritte Stufe. Ja. So, Anna. Nimm mir die Angst und so versuch sie mal ins Licht zu bringen. Anna. Sie beschwören keinen Gin. Du kannst gerne ins Licht gehen zu deinem Bruder. Er wartet schon die ganze Zeit auf dich. Er wird sich tierisch freuen, dich wiederzusehen. Du vermisst den noch auf. Geh ins Licht. Du kannst gerne ins Licht gehen zu deinem Bruder. Wenn du nämlich ins Licht gehst, hast du ganz viele Spielzeuge. Wenn du es schaffst, ihre Hand zu spüren, dann ist sie bereit, ins Licht zu gehen. Okay, wo ist ich? Thorsten, ist die immer noch bei der Puppe? Dann kann ich mich ja da hinsetzen. Danke, Herr Ronny. Anna. Ja, sie ist noch bei der Puppe. Sie kommt dann zu dir und dann ist sie bereit. Okay. Ich komme mal zu dir, ja, Anna? Soll ich mich erschrecken, oder Angst haben? Kennst du mich ja mittlerweile? Ja, Michi redet auch sehr leise. Sorry. Komm, ich führe dich ins Licht. Zu deinem Bruder. Der Bruder heißt Brenn. Äh, Brenn. Ben. Sag ihr, dass du sie da hinbringen kannst. Ich kann dich zu deinem Bruder Ben bringen. Der wird sich tierisch freuen. Ich möchte dir auf jeden Fall helfen. Berühr meine Hand. Und ich bring dich dann ins Licht. Zu deinem Bruder Ben. Du hast Wort. Ein bisschen lauter reden, wenn es geht. Mari. Hör ich dich zu deinem Bruder Ben bringen. Dann nut einfach meine Hand. Warum werde ich gerade emotional? Hä? Wolle ich dich zu deinem Bruder Ben bringen. Dann kannst du dann auch in der Arme schließen, weder. Und ihr seid wieder vereint. Oh, meine Hand geht kalt. Vertrauen. Nimm meine Hand und geh zum Ben ins Licht. Wir helfen dir. Du bist ziemlich leise, man hört nichts. Aber das Ganze wird sowieso noch vom Ton her bearbeitet und wird dann auf YouTube auch hochgeladen. Michi redet ja schon so laut, er kann. Wenn sie dich festhält, dann... Meine Hand ist kalt, im Gegensatz zu der... Bist du bereit, dein Bruder jetzt wieder zu sehen und in die Arme zu schließen? Was sagt Thorsten? Spürst du einen Druck oder sowas? Ja, auf der Brust. Ja, auf der Brust. Ja, auf der Brust. Ja, auf der Brust. Und hier so. Hier. Und hier hinten die Schulter. Wenn es dir nicht gut geht, komm raus. Dann komm raus. Dann komm. Hallo. Komm. Und schon ist Ruhe. Ja. 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 Gänse. Ja. 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 Allesplic. Ja. können wir gleich noch machen füllen wir die hand warte 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 die ist kalt und dies war ja dorsten sagt sie ist gegangen ja super danke euch auch dann würden wir sagen aber k2 schlecht wieder reagieren nicht okay speicherkarte von der videokamera ist auch voll wenn ich das ganze hier zusammenschneide schreibe ich dann noch mal was zu damit ihr alles ja noch mal genau wisst was hier abgegangen ist wir versuchen es alle besser zu machen ja dann würden wir uns jetzt auch verabschieden auch danke ganz großes danke auch an torsten torsten danke ja dann und alle die gute nacht wünschen wir und alle die uns unterstützt haben hier ja wir helfen wo wir können ja euch dann noch einen schönen abend bis demnächst mal jetzt zum schluss kommt noch mal ein kleines video von der wildkamera da ist es ein bisschen schwierig jeden einzelnen orb quasi einzukreisen oder zu markieren man sieht viel staub herumwirbeln aber wenn man genauer hinschaut seht ihr dass da auch viele orbs sind und wenn euch das video dann gefallen hat lasst bitte ein gleich da dankeschön ja 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.